Dieses Haus wird uns nicht reinlassen. Wir hatten noch ein Burrata über. Müssen wir das leider auch noch essen. Moment, ich auch noch. Moment, das klappt nicht. Den linken, ne? Ja, genau. Auf gehts. Den Autobase haben wir jetzt. Das B 순 auf die Pläne geht. Das ist das, was wir sehen. Das ist ein Wettbewerb. Mal schauen. Ich weiß nicht. Es sollte sein... Madre Natura. Der links ist Beisnato und der links ist Madre Natura. Der final ist Madre Natura. Der final ist Madre Natura. Okay, danke. Ja. müsste hier weiter gehen ne? hier links geht aber auch einer. aber da weiß ich nicht welcher das sein soll. ok dann gehen wir den ja jetzt hier runter und dann rechts wieder rein ach das ist der madro natura oder war das da bludi-trails immer so neben den straßen gibt es immer noch irgendwelche strecken aber da sind wir auch schon mal an da ist ja die optimale Lein gerüst pfff das habe ich gar nicht gemacht das vergesse aber auch gerade nur ein bisschen hopperlich hopperlich ich mein rechts hier vergesse ich auch immer wo lang rechts gut dass du dich so auskennst schmupf 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 kann man richtig zusammenschlein dann hast du es geschafft wir müssen den mal wegräumen machen wir mal ein bisschen trailpflege schmupf 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 jaaaa 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 wir sind doch hier vom trail runter alles für die katz deine arbeit links ist Cro-Magnon rechts ist Neandertal jetzt fahren wir den Cro-Magnon stein auf schmupf 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 Wer ist dein Schifter? Ich weiß nicht, wie ich fast gewollt habe, wenn man rückzieht und rückzieht und rückzieht und rückzieht und rückzieht und rückzieht. Ich habe doch gewollt. Ich habe doch gewollt.